hey zusammen heute wollte ich mal mit dem fahrrad wohnwagen weitermachen bzw mit der wohnkabine wie auch immer auf jeden fall wollte ich jetzt mal hier ein bisschen nach oben bauen nach vorne und dann runter und da nehme ich euch jetzt mit und wenn ihr bock habt bleibt dran viel ich passe bei dem video so 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 Okay. Spannungsgeladene 1,2,3,5,4,5,5 Sollte die Schrauben und die Schrauben auf die Schrauben schrauben. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Spannungsgeladene Sollte die Schrauben und die Schrauben, die Schrauben, die Schrauben und die Schrauben werden. Sollte die Schrauben und die Schrauben. Sollte die Schrauben und die Schrauben, die die Schrauben und die Schrauben und die Schrauben. Sollte die Kupfer auf. Sollte die Kupfer auf. Sollte die Kupfer auf. Schreie Schreie. so schon mal ein bisschen pappe drauf gelegt einfach nur mal um zu sehen wie das ganze aussieht ich habe jetzt eine idee ich werde jetzt mal das ganze verkleiden mit einer folie und da könnt ihr mal gespannt sein wie das danach aussieht weil ich bin auch auf jeden fall gespannt das war vielleicht so eine alternative immer von mir einfach mal mit einer folie zu entwickeln und die fenster die ich dann halt frei lasse die werden halt mit einer frischhaltefolie erstmal bezogen mit man sieht dass da fenster sind und so weiter